Diese Story in Rostock, genau, Segljagd, also ich glaube die Story überhaupt nicht. Glaubst du diese Andromeda-Story? Nein. Nein, also gut, aber sagen wir mal, für die Leute, die diese Story glauben, denen würde ich einfach die Frage mit auf den Weg geben, also wenn du die Andromeda-Story mit Selenski glaubst, heißt ja, Selenski, Selenski wollte es noch verhindern, es ging dann aber nicht, er wollte noch Saljuschni, dem Generalstabchef, sagen, hör auf und so, und das Team war schon unterwegs, also wie die Tochter, ich konnte nicht nach Hause kommen, ich hatte keinen Empfang mehr auf dem Smartphone, Mama, darum konnte ich deinen Telefonleiter nicht abnehmen, meine Batterie war alle, so diese Story, und da sage ich einfach, also wenn man diese Story glaubt, dann muss man doch am nächsten Tag sagen, alle Hilfeleistungen in Form von Waffen an die Ukraine wird sofort gestoppt, weil wenn die Bundeswehr, also 100 Milliarden, die Sondervermögen und so, dann sage ich eigentlich, dieses Sondervermögen müsste für die Bundesbahn eingesetzt werden, dann hätten die Leute wirklich etwas davon, also die Infrastruktur in Deutschland, die müsste doch gefördert werden, oder die Interessen der Menschen in Deutschland müssen berücksichtigt werden, und das wird wirklich eigentlich zu wenig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder mit dem Zug in Deutschland unterwegs, und der bleibt immer wieder verspätet, oder dann bleibt er stehen, etc., es gibt auch Arbeit in Deutschland, und man muss eigentlich hier sagen, dass die Ampelregierung und auch die CDU-Politiker, die da in der Opposition sind, dass die eigentlich die nationalen Interessen von Deutschland in dem Sinne nicht verfolgen, weil sie Nord Stream nicht aufwärmen. Also ich bin fest davon überzeugt, Nord Stream wurde durch die USA gesprengt, klar, das ist eine Verschwörung, aber was ist eine Verschwörung? Eine Verschwörung ist eine geheime Absprache zwischen zwei oder mehr Personen, und die Nord Stream wurde ganz sicher nicht von einer Person gesprengt, das waren zwei oder mehr, und dann müssen die dich im Geheimen absprechen, also es ist auf jeden Fall eine Verschwörung. Im Angebot ist die ukrainische Verschwörung, mit Präsident Zelensky und Generalstabchef Saljushni, oder die amerikanische Verschwörung mit eben sozusagen Präsident Joe Biden und CIA-Direktor Bill Byrne. Muss ich hier mal kurz kommentieren. Das Witzige ist ja, egal welche Version, war es jetzt Zelensky alleine im Alleingang gegen den Willen der USA, oder war es tatsächlich, wie er meint, die USA direkt oder indirekt, oder waren sie es gemeinsam? Es ist doch völlig egal. Die einzigste und alleinige und sofortige Konsequenz müsste sein, okay, wir stoppen sofort sämtliche Hilfen für diesen Ukraine-Krieg. Was ja überhaupt nicht stattfindet. Also, und, ich meine, und das deutsche Erfolg, also, ich habe bis jetzt noch nicht jemanden irgendwo gesehen, dass der irgendwo demonstrieren würde, oder mich inklusive. Ja, das ist halt einfach, also, du kannst solche Sachen wirklich, ich glaube, Deutschland ist das mit Abstand vielleicht einzigste Land auf der gesamten Welt, wo du sowas überhaupt bringen kannst. Jedes andere Land wäre auf den Barrikaden. Und warum? Ja, weil man uns quasi von klein auf über Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium immer eingebläut hat, naja, deutsches Volk, wir haben Schuld, Schuldgefühle, Schuldgefühle, Schuldgefühle. Das ist das Gleiche, wie wenn du sagst, ja, eigentlich wie so bei, bei, ich sage mal, toxischen Ehebeziehungen, Ehebeziehungen, ja, oder oder Eltern und toxische, Ehre-etern-und-Kind-Beziehungen. Wo man einer Person immer einredet, sie hat Schuld, sie hat Schuld und halt abused und ausnutzt und das ist identisch. Mir fällt dazu auch gar nichts mehr ein. Man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen will. Man versucht ja nicht mal mehr zu sagen, es war irgendwie jemand Böses, sondern es waren unsere Freunde, egal ob es jetzt die Ukraine war oder die USA oder beide oder wer auch immer von den beiden, gemeinsam getrennt, whatever. Es ist ja völlig irrelevant für die einzige Konsequenz, die daraus resultieren sollte, dass man eben sämtliche Hilfen für diesen totalen Irrsinnskrieg niemals gewinnen werden kann. Es geht allein und allein nur darum in diesem Krieg. Es geht nur um eine einzige Sache. Uns beschäftigt zu halten, uns zu schwächen, Europa zu schwächen, damit sozusagen die USA sich irgendwie Wege findet, seine Vormachtstellung gegenüber China und den BRIC-Staaten aufrecht zu halten. Nur darum geht es. Einfach um diesen Konkurrenten Europa auszuschalten oder zumindest mal beschäftigt zu halten oder zu schwächen. Es geht um nichts anderes. Und das liegt so offensichtlich auf der Hand. Aber es gibt, glaube ich, in keinem Land so viele Dödel und so viele Vollidioten wie in Deutschland. Es gibt sie überall. Aber in Deutschland gibt es sie einfach zu Mass. Einfach volksgetreue Vollidioten. Und ich glaube, ich kann das, ich darf das sagen, ich muss das sagen, weil ich glaube, dass teilweise mein Vater zum Beispiel dazugehört. Und diese ganze Generation, die älteren Generationen, ich bin ja auch schon etwas älter als 37er und dreiviertel Jahre alt, ich glaube, dass die Jungen dann auch eher aufgeklärt sind, weil die einfach Social Media benutzen. Aber generell ist es einfach eine von vielen Themen, wo man sich echt wirklich, selbst ich in meinem Alter, wie gesagt, bin 37er und dreiviertel Jahre alt und überlege mir noch, okay, kann ich hier auf ewig bleiben, wenn es so weitergeht? Also das ist ja nicht mehr auszuwalten. Also man macht sich gemütlich morgens ein Frühstück und muss aufpassen, dass es mich nicht wieder rauskotzt. Wenn man sich irgendwie währenddessen die Nachrichten anschaut. Also unfassbar und ich finde es nicht immer alles cool, was hier Chrissy sagt und so, aber Dr. Ganser ist natürlich ein renommierter Historiker und er hat bis jetzt, glaube ich, noch nie was gesagt oder von sich gegeben, dass man nicht wirklich als seriös und fundiert und auch quasi komplett down to earth hier bediedeln könnte. Also es ist einfach, was mich so schockiert, ist diese Offensichtlichkeit. Also wenn man jetzt alle möglichen Sachen und Tricks und so weiter anwenden würde und so, aber das ist so offensichtlich alles mittlerweile. Also wer schon mal selber getaucht ist und man kann so eine Geschichte, dass so ein Tauchlehrer 80 Meter Tiefe bei Sicht Null, ja, Sprengladungen angebracht hat von mehreren Kilos und so weiter. Das kann man den Leuten ja auch verkaufen, weil die wenigsten tauchen. Jeder, der schon mal selber getaucht ist, ja, der weiß, wie unwahrscheinlich das ist, ja. Aber es gibt halt verhältnismäßig wenige Leute, die tauchen, ja. Das ist vielleicht einer von den Gründen, aber generell so ein leichtglaubiges Volk, wie es sozusagen in Deutschland über die Jahrzehnte herangezüchtet wurde, muss man echt so sagen. Ja, und ich bin ja umgeben von denen in meiner Familie und überall. Es ist einfach schon wirklich schockierend und das alleine wäre gar nicht so schlimm. Ich meine, okay, dann ist es eben so und so, wie es ist. Aber, hey Leute, es gibt aber zu viele Sachen, die sozusagen als Konsequenz darauf, ja, wirklich an unserem Kernwohlstand nagen. Und wenn es dann letztlich auch der Letzte spürt im Portemonnaie, ja, Inflation, Energiepreise, alles, was mit dazu zusammenhängt, füllen man dann ab. Wenn man es dann so richtig spürt, also wenn man in den Laden geht und man kann sich nicht mal mehr die Preiselbeeren kaufen, ja, ich habe jetzt hier gerade in der Pfanne ein Regulasch, ja, passend zur Jahreszeit, dann ist es längst zu spät. Dann kann man auch nichts mehr ändern. Das ist auch genauso, wenn die Leute sagen, ja, die AfD wählen. Spätestens 29 sind die an der Macht und so weiter. Dann ist doch schon so viel zerstört worden, ja. Es zählt doch jeder einzelne Tag. Und nicht irgendwann 2029 und dann ist die Wende oder was. Das ist doch alles viel zu langsam. Auch diese Trägheit, dieses auch, das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel Firmenleute einstelle und interviewe, die bewerben sich. Ich rufe die sofort an, naja, nächste Woche können wir mal ein Gespräch machen. Und er sagt, nein, sofort. Immer sofort. Immer. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht vor vielen, vielen Jahren, nie vielen Jahrzehnten. Und da habe ich mir einen Spruch gemerkt, als zum Beispiel da war der Typ, der für E-Mail-Marketing zuständig war. Ich bin ja auch Marketing-Experte und Vertrieb. Könnt ihr auch gerne bei Klein-Marketing vorbeischauen. Und da hat er zum Chef gefragt, du, wann sollen wir die E-Mail-Kampagne rausjagen? Darauf die Antwort von dem Chef damals, von dem Quisma hieß die damals, war in München. Die Quisma gibt es jetzt immer noch, aber ist schon veräußert worden, schon lange. Exit geworden. Damals noch eine kleine Agentur mit 12, 20 Leuten. Am Heimerandplatz. Na, Implerstraße. München. Da sagte der Chef als Antwort, immer gestern. Ja. Immer gestern. Speed, speed, speed. Und, hey. Ja, dann schauen wir mal, bis die AfD an der Macht ist und dann ändern wir und so weiter. Alles viel zu langsam. Misstrauensvotum gehört hier rein. Ja, die Leute, die jetzt an der Macht sind, die vertreten nicht mehr die Interessen Deutschlands und dessen Volk. Sofort abgewähltes, Neuwahlen und so weiter. Zack, 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 ja. Und so dieses... Letztens war ich zum Beispiel auf eine Visite wegen neuen Bürobesichtigung zur Untermiete. Da habe ich dann jemanden kennengelernt. Da war zum Beispiel auch eine andere Firma drin. Ich sage jetzt mal den Namen, das ist so Reus-Reus. Coole Firma, Top-Firma, Auftragsbücher sind voll und alles. Und dann hieß es, naja, hier sitzt normalerweise noch zur Untermiete so eine Abteilung von Reus. Sind so an die 20 Leute. Heute ist aber nur einer da. Und dann sage ich, okay, warum? Naja, wegen der Oktoberfest. Das war vor zwei Wochen. Hier Oktoberfest. Ja, die haben Oktoberfest-Krippe. Die Wiesen-Krippe! Die Wiesen-Krippe! Ja, mein Gott. Fehlt halt mal die ganze Abteilung irgendwie für eine Woche. Glaubst du, dass bei den Chinesen sowas ist? Glaubst du, dass in anderen Ländern, Indonesien, Indien, Vietnam, dass die Leute einfach mal, weil die Wiesen ist, einfach mal eine Woche zusätzlich krank machen dürfen? Und das ist alles okay? Und dann hat er mir einen Kühlschrank gezeigt. Den durfte ich dann auch benutzen, wenn ich hier einziehe ins Büro. Also so eine Top-Lage beim Hauptbahnhof um die Ecke. Oder bei der Polizei um die Ecke. Auch Top-Lage, wo die TUM auch drin ist. Die Technische Universität von München. Und war auch alles sympathisch und so weiter. Aber ja, und dann im Kühlschrank, oben erste, zweite, dritte Lage war schon mal Bier drin. Ja, diese Trägheit, diese Tranigkeit, das ist alles schön und gut. Und diese bayerische Gemütlichkeit, das ist auch was Feines. Ja, wenn wir es uns leisten könnten. Aber können wir uns es aktuell wirklich noch leisten? Ja? Müssten wir nicht mit Spitzhacke und Rächen und Spaten auf die Straße gehen und so ein paar Leuten mal den Hintern versohlen, um es mal milder auszudrücken? Oder am besten aufspießen, so wie bei den Bauernaufständen vor 500 Jahren, wenn man das war? Also, na ja. Das ist halt so ein bisschen mein Kommentar zu dem Ganzen. Ich würde euch wirklich empfehlen, dieses Video anzuschauen. Zur Gänze. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, mein Kommentar hat euch gefallen. Ciao. Ciao. Ciao.